Ich hasse Hammer, Brüder. Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2. One Subscriber Level per Day. Nen Wald von David. Wie soll ich eine Beschreibung eingeben? Spiel doch einfach das Level. 13,33% ist die Abschlussrate. 4 erfolgreiche von 30 Versuchen. 4 Leute haben es gespielt. Es hat kein Herz bekommen. Und es fällt mir immer mehr auf, dass die Leute immer weniger Herzen bekommen. Ich glaube einfach wirklich hier, dass den Leuten nichts mehr Neues einfällt. Also, beziehungsweise den Creatern. Und man sich dann sagt, okay gut, warum sollte ich das Level jetzt gut bewerten? Weil es ist ja nicht mehr, keine Ahnung, Refreshing oder... Ich hasse Hammer, Brüder. Warum musst du jetzt mit Hammer, Brüdern kommen? Danke. Münzen sammeln wir mal ein. Schnell weg. Der wirft uns mit einem Hammer. Schöne klassische Röhre, sozusagen. Jetzt dürfte ich auch kein Gegner sein. Das ist einfach nur so ein normales Crawling. Und dann würde ich sagen, on point. Jetzt warten wird man auch noch geschenkt. Oh, der ist ja hier. Der ist assi. Aber easy. Da heißt es dann Damage Boost und durch. Oder durch besser gesagt, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, warum die Leute dir kein Herz gegeben haben. Ich kann dir jetzt hier in dem Augenblick ein Herz geben. Selbst wenn es halt keine Items gab. Aber ansonsten war es ein optisch schön ansprechendes Level. Es hatte sozusagen eine Bonusröhre. Mir hat es gefallen. Also von dem her, ja. Danke. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.